Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokemon Alpha Sophia und ich hab Blubella Einfach mal so oft bin die Attacke Blitzball gebracht, damit wir hier endlich mal was sehen können Okay, dann schieben wir einfach mal den Stein Ach links Los Pikachu, it's your turn now So Wunderbar Und weg mit ihr Oh, ich besser gesagt Da komm ich nicht weiter Okay, dann muss ich wohl hier lang Lass mich warten, ich muss hier Pockeball holen War P plus, wow, hat mir jetzt viel gebracht Aber egal Wunderbar, dann muss ich hier hoch Hallo Deine Krücksträhne nimmt hier und jetzt ein Ende Dein Schicksal ist besiegelt Ist das ein Spiel das Schatten sind wir hier bei Yu-Gi-Oh! gelandet Kapo-Era Ein Kampf Pokémon Gut, dass wir Latias An erster Stelle haben Weil unser lieber Latias Kann fliegen Oh Gott, das ist schneller Oh Gott, das ist schneller Aber egal Ich flieg jetzt erstmal hoch empor Ach ne, nicht die Konterattacke Nicht Konter Ach, fuuuuuh Spürt mein Zorn zu kennen Mit der One-Hit-Attacke Spürt mein Zorn Komm schon Ich werde Latias richten Es spürt mein Zorn Komm schon Es fängt an dem Strom zu regnen Und dann mit der One-Hit-Attacke Käme es Das ist wegen Latias Du kannst einfach nur Latias kill Das ist einfach uferzheilig Weiter kämpfen So Und Ursprungsburger Schau nicht die aus Dauer Tschüss Tschüss Tschüssi Kopski Ja, stimmt Ja, tschüss Ausdauer Eistrei So Tschüss Nein Doch So Dann schauen wir mal weiter Ja Einfach mal verschwenden So Bis hier habe ich es mit Acht und Krach geschafft Aber das letzte Stück zieht sich wie Kaugummi So was habe ich immer bei Filmen Bei schlechten Buchverfilmungen Dass sich die Verfilmungen wie Kaugummi Sie Edgar Der heißt Edgar Ja Ja Okay Halbe Edgar Hm Ich muss nicht nur wenig sagen wo sie da absetzen Oh, mehr wirkt Na los Einmal Ursprungsburger So Da war es auch schon So Ach Kaoko wird mein Wie sage ich das jetzt so am besten wird meine Geheimwaffe sein Gegen die Pokémon Liga So Hallo 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 Ich weiß nicht wo wie lange ich muss Falcon schaust du ganz schön entschlossen rein Das motiviert mich für unseren Kampf gleich umso mehr Okay Oh ne Moin Okay Komm schon Ich kenne keine Orbe, das schafft das schon mit Run once Im Warten Sinn des Wortes Komm schon Kampfort Ursprungsvogel so wenn ich das richtig in erinnerung habe, ist Tengu ist ein Pflanzen-Pokémon go go fire power what's this talk nitro-la-log Da hab ich dich doch glatt unterschätzt. Ja, das hast du. Immerhin hab ich ein legendäres Pokémon in meinem Team, das dich fertig gemacht hat. Wo muss ich lagen? Anscheinend hier, in diesem Fackeln. Fackeln zeigen immer den richtigen Weg. Ja, mal wieder Absätze einsetzen, damit wir wieder was sehen. Hallo. Ah, meine Augen. Bin blind. Uh, Doppelkantoy. So. Auf wie mit Caproll. Als Team sind wir unschlagbar. So schnell wirst du uns nicht mehr vergessen. Hihihi. Du bist ja ein niedlicher Trainer. Wie lange du wohl meine Attacken standhalten kannst. So. Eine Herausforderung von Astum, Mio und Lin. Amaldo und... Whatever. Aber... Das eine ist Pflanzen-Pokémon. Also ist Astral sehr versichert. Und das andere ist wiederum Kiefer. Und davor habe ich jetzt... Das zweite Pokémon draußen. Eine andere hat mich geändert. Du wirkst nicht. Allzviebreak cleansing Den hier am Gebete her. Nose weg. Anscheinend hier. Pl Adjustment stream. Du, » nereibst du nicht!« Energisierung. das danke nicht alle mein arm ist kein okko warte eben ja sogar darauf strahlt ursprungsburger so weg zu euch habt ihr jetzt davon Lubella erreicht Level 50 Seerose erreicht Level 50 Wie konnte das geschehen? Das war wohl meine Schuld, tut mir vor allem leid Es war eure Schuld Hättet ihr K.O.K. nicht vorzauern Wotzauern Erwacht hätte euch nie kill können Ah, ist K.O.K. So, Supertank Dann geht die Reise jetzt weiter Über dem großen Weißmeer Werden wir den Schatz finden? Wir finden unseren Weg durch den One Piece Was ist hier raus? Aber hier ist ein Schatz Der Schatz Der Schatz Der Schatz Und man. гор меч Plus钟bella Blitz Karal So für unnutzige rede habe ich keine zeit zeigt mir lieber wie motiviert du wirklich bist charadonis ich habe auch ein pflanz pokémon auf die seite klasse klasse blütenwirbel ich habe die heimzahlung die heimzahlung egal das ist eh weg vom fenster 5 50 ja 120 50 85 du bist motiviert bis in die haarspitzen dm thank you very much so da hab ich noch dm tm bald da vorne so ja guuuuut so flammenwurf tm35 wurde in die tm vm tasche gelegt auch gut ich dachte schon nicht was gegen das pokémon kämpfen nur gegen dich kämpfe ich nicht aber ich sag mal an dieser stelle dankeschön fürs zuschauen tschüss bis zum nächsten mal bei pokémon alpha saphia und dann kämpfe gegen den typen da und gegen den typen hier da oben also tschüss und bis zum nächsten mal bei pokémon alpha saphia bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal